In diesem Video werden die Funktionen des BC 14.16, BC 14.16 SCS und BC 14.16 SCS CAD erklärt. Der Computer hat ein übersichtliches Display und wird mit drei Tasten bedient. Oberhalb des Displays befindet sich die große Menü-Taste. Unten links die Alti-Taste und unten rechts die Bike-Taste. Im Ruhezustand zeigt der Fahrradcomputer auf dem Display den Namen BC 14.16 bzw. BC 14.16 SCS und die aktuelle Uhrzeit an. Fahren Sie mit dem Rad los, wird der Computer automatisch aktiviert. Auf dem dreizeiligen Display sehen Sie oben permanent die aktuelle Geschwindigkeit in großen Ziffern. Im unteren Bereich des Displays werden die einzelnen Funktionen mit den dazugehörigen Werten angezeigt. Mit der Bike-Taste können Sie durch die Anzeige der Fahrradfunktionen vorwärts und mit der Menü-Taste rückwärts blättern. Sie sehen hier von links nach rechts die zurückgelegte Strecke, die Fahrzeit, Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit, die maximal erreichte Geschwindigkeit, die Uhrzeit, die aktuelle Umgebungstemperatur, die Teilzeit und die Teilstrecke. Optional ist der BC 14.16 SCS um einen Trittfrequenzsender erweiterbar. Die Trittfrequenz sowie die durchschnittliche Trittfrequenz werden in den nächsten beiden Displays angezeigt. Mit der Alti-Taste können Sie durch die verschiedenen Höhenfunktionen des Computers vorwärts und mit der Menü-Taste rückwärts blättern. Nacheinander sehen Sie das grafische Höhenprofil, die aktuelle Höhe, die prozentuale Angabe der aktuellen Steigung bzw. des aktuellen Gefälles, die Höhenmeter bergauf und die maximale Höhe. Die nach oben oder unten zeigende Pfeilspitze in der oberen linken Ecke des Displays zeigt Ihnen permanent an, ob Sie aktuell über oder unter Ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Drücken Sie die Bike und die Menü-Tasten gleichzeitig, erscheinen links im Display die Buchstaben TS und der Computer beginnt eine separate Teilstreckenmessung. Um die Teilstreckenmessung zu beenden, drücken Sie erneut die Bike und die Menü-Taste. Halten Sie Bike und Menü lange gedrückt, gelangen Sie beim BC 14.16 in die Radauswahl. Hier können Sie einstellen, ob Sie die Tourdaten für Rad 1 oder Rad 2 aufzeichnen möchten. Entsprechend erscheint dann im Display die Ziffer 1 oder 2. Beim BC 14.16 STS erfolgt die Radauswahl durch das Signal des STS-Senders automatisch. Mit der lang gedrückten Tastenkombination Bike und Menü können Sie die STS-Verbindung zu Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsender zurücksetzen, falls Sie die Meldung Too Many Signals im Display sehen. Drücken Sie die Alt-Taste und die Menü-Taste gleichzeitig, aktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung. Das Glühbirnen-Icon erscheint im Display. Mit jedem Tastendruck aktivieren Sie nun zuerst das Licht, mit dem zweiten führen Sie dann die gewünschte Aktion aus. Weitere Informationen und Videos zu unseren Produkten finden Sie auf der Homepage www.sigmasport.com und in unserem YouTube-Kanal.